Willkommen zurück zu Yoshi's New Island, Königscheren-Schufts-Schloss. Heute habe ich vor, die dritte Welt zu beenden, mit 3.8, dann noch die Herausforderungen in dieser Welt und der Spezial-Level. Oha, Kanalisation endlich mal wieder und die Blume lasse ich mir nicht durch die Lappen gehen. Okay, alles Gegner und Gegebenheiten, die man kennt. Bis jetzt. Na gut, Try Guys und der Geist eben. Danke für die volle Eierration, du kleiner, kleiner, kleiner! Ja, gib ruhig noch Nachschub her, es kann ja immer noch was kommen jetzt. Also es steht für mich schon mal fest, dass Kamek eine Grabe verzaubern wird. So eine da. Hm, soll ich dich besiegen? Ich will auch mal hier gucken. Hier oben vielleicht. Und überall innen. Na gut. Hau ruck! Da gibt's ordentlich. Und dabei sind die Blumen hier, die eben war zum Beispiel, nicht versteckt. Die hat man sehen können. Aber geil, dass die Kanalisationen wieder dabei sind. Die mag ich nämlich irgendwie. So, ab durch die Röhre, Mann. Was befindet sich hier noch? Spannendes. Ah, die mit ihren... Wo sie die Raketen weitergeben. Zusammen sind wir stark! Teamwork! Ey, müsst schon über Yoshi fallen lassen. Sonst hat das, äh, nicht viel Sinn, du. Diese Blume ist auch schwer bewacht, aber... Keine Chance. Ich krieg's sogar ein Ei zurück. Ich find's geil. So. Ganz kurz mal... Die Sache geht mystisch weiter, wie das aussieht. Hä? Wer bist du? Egal, hab dich. Auch wieder so merkwürdig viel Freiraum und so ein komisches Loch. Anscheinend und hoffentlich nur zu Deko-Zwecken. Baby Mario braucht gar nicht schreien. Er weiß doch ganz genau, dass Joschinski vorbeikommt. So, dann machen wir das gleich so. Was gibt's? Warte, 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 warte. Da unten hätte was sein können. Ihr seid manchmal doof. Böse. Hier was? Genau. Also, hätten wir das erst, äh, ganz klar natürlich zerstören müssen. Äh, bauen müssen die Brücke, bevor wir hier hoch dürfen. Sieht das Secret-mäßig aus, oder was geht ab? Hier? Nee. Gibt's ein Metall-Ei? Ich will nix verpassen, du. So ist das. Ah, aber da kann ich doch nicht so hoch mitspringen. Okay, das werden wir wahrscheinlich zurückholen können. Ich bete dafür. Nee, wie's aussieht, würde schon passen. So, schon Blume Nummer vier. Also, dieses Schloss hier läuft gut. Ist nicht schwer. Die Sachen sind fast nicht versteckt. Und man kriegt Eier en masse. Die Sterne werden wir jetzt auch erstmal aufpimpen. Das ist das einzige, was ich bisher als Problem sehe. Da müssen noch, äh, paar Sternenwolken kommen. Ja, die bringen mir jetzt auch nix mehr. Ich bin echt so knapp beim Messen manchmal. So. Hm, okay. Was kommt noch? Überrasch mich mal. Okay, ich bin wieder da. Ihr habt's vielleicht auch gesehen. Der Bildschirm war ein bisschen schwarz gerade. Warte, das lag einfach nur im Programm. Es geht wieder. Yoshi und Mario dürfen weitermachen. Das hatte ich schon einmal. Das ist das zweite Mal. Das andere war schon Jahre her. Da ist echt Panik. Oh mein Gott, mein 3DS geht nicht mehr. Apokalypse. Aber nein. Alles in Butter. Mutter. Ah, hier sind bestimmt noch... Aber ich hab so wenig Eier. Ich kann doch nicht meine ganzen... Das sind genau drei Stück. Eins. Obwohl, jetzt muss ich nicht mehr da hingehen. So. Alle Items gefunden. Sterne vielleicht noch. Auch wenn's... Ohnehin zu wenig sein werden. Wie soll ich noch an sieben Sterne kommen? Clevere Kombination. Der Kollege hier. Die Shy Guys, die deutlich mehr... Springen und hektischer sich bewegen. Und da oben die. Tschüss, Mann. Hey, da können wir noch Sterne bekommen. Hey, warte. Warte, gib nochmal... Gib nochmal ein Ei her. Äh, ein Try Guy. Mehrere. So, jetzt kannst du mal ganz kurz abhauen. Ich hab nämlich grad 25 das Jahr. Perfekt. So, ich darf mich nur nicht vom Boss treffen lassen. Dummerweise weiß ich wie immer nicht, was überhaupt auf mich zukommt. Das war das letzte Mal schon sehr spannend. Und prekär. Es ist langsam an der Zeit, dass du aufgibst. Sonst würdest du gleich ganz schön zwicken. Ich zwick dich gleich. So, was machen wir mal mit dem? Was machen wir mal mit dem? Mit Eiern beschießen. Das ist ein Rezept. Da ist mir ein bisschen nah. Da rückt man ganz schön auf die Pelle, du. Das ist doch gar nicht so viel größer geworden. Natürlich um einiges größer, aber nicht so viel größer. Ich trau mich auch noch nicht, ihn zu attackieren. Schleidet er irgendwas? Will ich erstmal meine Eier auf Maximum bringen und dann gucken, wo wir hinziehen müssen. Ist noch nicht so wahnsinnig gefährlich, aber ich bin übervorsichtig jetzt. Hm, seine Augen natürlich. Ich probiere es. Überragend. Sieht anders aus. Jetzt hat er irgendwie seine Schwachstelle oder sowas. Hey, er ist irgendwie geschrumpft. Halt es drauf, bevor er sich regeneriert. Oh, schweigei. Das war ein Treffer. Knapp, aber nicht weiter ausrasten. Jetzt hat er wieder seinen Panzer, seine Wolke. Kann es also relativ gediegen angehen lassen. Nein, was? Nein! Spannung pur! So, eins. Zwei. Da ist ein Chi-Guy. Er kann auch runterfallen, Mann. So, das ist Treffer Nummer zwei. Jetzt wird er wieder Akko! Ja, toll. Hab's nicht geschafft. Auf Anhieb. Äh, mit allen Sternen. Da werde ich das gleich nochmal machen müssen. Das ist doof, weil ich hab mich gar nicht so blöd angestellt. Macht er jetzt die ganze Zeit so? Nee. Ah, so ein bisschen hat gefehlt. Hey, ich hab noch die zwei Sterne eingesammelt. Wie geil ist das denn? Ha! Epic! Damit hätte ich nicht gerechnet. Durch den Abrader sind da Sterne rausgekommen. Und das nächste, er hat die einkassiert. Damit bin ich wieder bei den 100% im First Try hier in 3.8. Epic! Also das verbreitet schon mal gute Laune. Es war Spannung pur. Es war eigentlich schon für mich verloren. Ja, wie oft kommt das vor, dass man im Bosskampf nochmal Sterne einkassieren darf? 30 Sterne, 20 Münzen, 5 Blumen. Volle Möhre! Epic! Damit erhalten wir Zugriff zur Spezial-Welt. Spezial-Level dieser Welt. Oh, yeah! Aber gewohnheitsgemäß nicht das neue Minispiel. Blasenballett. Okay. Sondern wir werden nach Herausforderung Presslufthammer erstmal gehen. Ja, das machen wir. Erreiche das Ziel im Zeitlimit und Schnauble. Okay, Presslufthammer habe ich eigentlich drauf, behaupte ich jetzt mal ganz frech und wahrscheinlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber ja, ich hätte natürlich die großen Blöcke zerstören müssen. Ja, das will ich. Ich kann jetzt nicht mehr auf die... Ach, da wäre noch ein Dings gewesen. Schwupp. Schwupp. Was haben wir hier? Ich glaube, hier sieht es spannender aus. Mal wieder durch Neigen des 3DS, worauf ich eigentlich gar nicht so stehe, aber was soll's. Hier noch ein bisschen Zeit. Ich denke mal, das Level zu packen hat für mich Priorität. Oh Mann, jetzt gehen wir nach unten, ey. Yay, geschafft! Ah, diese Herausforderung... Das ist eigentlich die kleinste Herausforderung im Spiel immer. Alle anderen Level sind eigentlich eine größere Herausforderung. Aber lassen wir das. Jetzt zu 3S Quetsch Blak Express. Könnte spannend werden, denn 1S war zwar relativ leicht, aber 2S war dann doch deutlich schwieriger. Guck mal hier, Flutter! Ein weiterentwickelter Wiggler. Oh, den kenne ich. Was hat er früher gemacht? Oh Gott, ich merke schon, das wird ein Level, in dem man sehr viel Geduld braucht. Wenn man das hier nicht schafft, auf Anhieb. Dann dauert's wieder eine gefühlte Ewigkeit, bis man irgendwie hinten ist. Sterne! Da hab ich mir schwer getan übrigens, in 2S alle Sterne einzukassieren. Also es gab ja... Es gibt ja einen S-Level. Danke! Oh yeah! Gibt's ja irgendwie gar keine Sterne. Kein Sternkreis, das wollte ich sagen. Und das macht's nicht einfacher. Ach, Affen! Ach, das wird nix mehr. Ja, das... Verdammt! Knifflig. Aber okay, da wir jetzt wissen, was in etwa grob kommt. Ja, ich hab exakt 30 Sterne gefunden in 2S. Das war ziemlich ne Qual. Und bis ich die mal gefunden hab, ich hab die nicht alle auf Anhieb gefunden. Das war schwierig. Ah, die... Die, äh... Fordern jetzt die Nerven der Spieler heraus. Wie strapazierbar ist denn... ...Joshis Ei, dein Zocker, wirklich? So, Eier zu haben, ist nicht verkehrt. In diesem Spiel. Keiner fällt runter. Wenn, dann will ich's natürlich möglichst... ...perfekt hinkriegen hier. Alter, das ist... ...das ist schwierig. Wenn der da nicht anhält. Okay, der ist voll langsam. Und der hat mächtige Augenbrauen. Aber trotzdem... ...ist das noch kein Privileg. Geh! Flatter! Mein Gott. Ich soll seine Beruhigungstablette nehmen. Aber das ist echt mein Lieblings-Soundtrack in dem Spiel bisher. Auch wenn alle Soundtracks gut bis okay sind. Der ist auch vom Beat, vom Groove ganz nice gemacht, finde ich. So, da jetzt mal... ...versuchen... ...möglichst schnell... ...und effektiv... ...zu handeln. Okay. Dö, dö. Dö, 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 dö. Ich freue mich auch, dass Flatter wieder dabei ist. Da wird er wohl noch in... ...normalen Devils auftauchen. Da muss ich auf den Affen drauf bringen hier. Das hat mich grad Zeit gekostet. Nein, was machst du? Zeitverlust! Mach! Alter! Okay. Noch irgendwas? Das bleibt spannend. Aber wir haben erst zwei Blumen. Das heißt, es kommt noch einiges. Da ist eine Melone. Oh, nee, oder? Das ist nicht euer Ernst hier. Ja. Kann ich mit der Melone denn diese Blöcke da kaputt machen? Das wäre der Hammer. Der Hammer, der Hammer, der absolute Hammer. So, ihr müsstest mit mir jetzt durchstehen. Diese Misere da mit diesem Kerl, der einschläft. Gut. Du bist immer noch zu schnell an manchen Stellen. Böse gemacht. Affen! Immer diese Affen! Aber man kann nur schwer was übersehen. Es geht hier in dem Level eigentlich darum, packt er es in der vorgegebenen Zeit oder geht ihm das Ganze zu schnell. Da kann man schon mal hektisch werden. Hier sollte ich versuchen, beide oder den Hinteren zu treffen. Eine tolle Wurst. So geht ja Maru gar nichts. Vielleicht sollte ich jetzt zweimal schießen. Was meint ihr? Aber da habe ich ein Ei weniger. Das muss man sich auch einteilen hier. Nee, nee, ich versuche nur einmal zu ballern. So. Das mit Flatter hat sich jetzt auch mal erledigt. Der braucht schon Schmetterlinge. Mein Herren. So, alles gut. Nimm mit, was geht. Upsa. Nicht zu früh. Es darf doch keinen Stern runterfallen. Jetzt habe ich glaube, viele bekommen du. Okay, passt. Sehr gut. Ja, diese Donuts. Auch weiter hinten. Wir haben die Donuts. Das ist ganz schön erschwert. Größermaßen fast schon wieder ein Scrolling-Level. Aber eigentlich nur fast. Denn wir müssen uns halt nach dem orientieren. So, Konzentration hier. Nee. Komm schon und ganz hinten auf. Überragend. Hey! Mann. Zum Glück bleibt ihr hier stehen. Das habe ich gar nicht registriert erst. So, Affen. Das wäre das Sinnvollste. Vielleicht hier zu schießen. Toll. Und schon haben wir es aufgebraucht. Ich glaube, die Affen sind weg. Das heißt, ich glaube, es ist so. Hier noch was. Ah! Nein! Ich habe nichts mehr! Boah! Fuck! Helf mir! Da sind bestimmt die letzten Sterne dran. Oh, Mann! Ja, ich habe meine Eier dafür verschwendet. An diese Münzen und an die Blume ranzukommen. An die vierte Blume. Habt ihr gesehen. Hätte ich da weiter hinten gebrauchen können. Ah! Schade, Schokolade. Man lernt ja nie aus im Leben, ne? Ich muss sagen, es ist wieder ein... Also, nach 1S hatte ich ja Zweifel. Aber es ist ja wirklich so, die Spezial-Level sollen deutlich schwieriger sein als die anderen. Das ist gelungen. Ich mag den Schwierigkeitsgrad. Auch wenn ich natürlich jetzt am mehr oder weniger fluchen bin. Aber das Level ist natürlich gelungen. Das ist eine fiese Stelle, du. Da kann man nichts sagen. Nein! Geh runter! Dinge einsammeln da. Schade, dass man Flattern nicht einschlucken kann. Hau es ab! Die ersten komme ich alleine. Dann brauche ich Affen. Oh, Mann. So. Komm her! So, hier hält er an. Uiuiui. So! Die vollen 6 Eier. Perfekt. Mein Gott! Ein Safe-Stay. Das wäre es jetzt. Ein Checkpoint. Moment. Ja, Mann. Ihr seid schon... Sehr gut. Das sollte man wahrscheinlich auch eher damit machen. Beilung. Okay, da war die Blume drin. Ich hoffe mal, viel mehr ist hier nicht. Ich riskiere es nicht. Ja, noch mehr Flatter vielleicht. Ich mache euch nicht aggro. Wir sind alle Freunde. Freunde der Sonne. Freunde der modernen Unterhaltung. Ah! Einer ist runtergefallen. Das darf nicht wahr sein. Okay, wir müssen auf jeden Fall, wie wir die... ...komplett kriegen, die... Was? Und hier hoch. Alles klar, ich nehme die aber mit. Epic! Ah, muss ich das nochmal machen mit denen. Ah! Was ist das denn? Hinkriegen. Ah, tolle Wurst. Wir dürfen mal auf jeden... Gott, ne. Wie denn? Das muss ich auf jeden Fall geschickt anstellen. Und zwar... Wenn da so ein... Wenn diese Stelle kommt, die ich schon jetzt angefangen habe... ...dann mache ich jetzt weiter. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie schwer oder einfach das ist. Das ist jetzt sau dämlich. So, warte. Die Schlange da will ich jetzt haben. Ah, verdammt. Das kriegt man niemals hin. Was mache ich, ey? Das ist nicht gut, was ich hier tue. Oh Gott, da sind rote dabei. Eine rote noch. Wie viele Eier habe ich denn noch? Mindestens zwei. Ich habe alle. Krass, was ist das denn? Da fehlt aber noch eine Blume. Ja, aber alle einsammeln, das können sie mir nicht erzählen. Also... Auch wenn man das dann intelligenter hätte anstellen können. Das. Alle einsammeln. Nee, nee. Ich habe ja alle Blumen. Oh, super. Ich muss es nur nochmal machen. Mit allen Sternen. Leider ist ja ein Stern runtergefallen. Aber super angestellt. Ah, sogar Medaillen. Aber ich habe sie ja schon komplett. 30. Dann gibt es immer die Herausforderung. Welche immer noch in den Kommentaren gefragt wird. Was gibt es denn dafür? Für alle Medaillen. Für 30 Medaillen einer Welt. Schaltet man die jeweilige Herausforderung frei. Die wir schon gesehen haben. Das mit dem Presslufthammer. Damit wäre die dritte Welt beendet. Bzw. ich sammle die Sterne jetzt offscreen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wenn wir in Welt 4 so richtig durchstarten. Nicht verpassen. Freunde, Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.